Moin Moin hier Bobo und herzlich Willkommen zurück zu meinem Supermarkt. Ja, wir müssen noch unsere Rechnung bezahlen, habe ich vergessen. Und ja, Markt, hau die erste 10 raus. Dann nehmen wir noch mit den einmal, den zweimal, den einmal und den einmal. Dann sind wir schon wieder bei den Getränken. Da brauchen wir drei. Dunkle Cola und Limo. Also, das war das, das, das. Oh. So. Äh, Crispy war, glaube ich, voll. Den habe ich voll gemacht. Ja. Dann kommen wir mal zum Kuchen. Da waren die zwei voll, das weiß ich. Bonbeck und Schocki nehmen wir da mit. So. 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 Der war voll, Käse, Honey. Starke Sache, Vierer Eier und Pablo. Vierer Eier, Pablo. Butter ist voll, das weiß ich. Honey und Hähnchen. Honey war glaube ich auch fast voll. Na gut, nehmen wir mal mit. Pommes, Pizza, Kartoffeln. Pommes sind voll, Pizza ist voll. Kartoffeln brauchen wir zweimal. Käse, Kaffee und die Wasserflaschen. Wasser brauchen wir. Käse brauchen wir. Eier. Und den brauchen wir auch. Also alles einmal. Zwölfer Eier. Brauchen wir. Susu brauchen wir. Und den brauchen wir auch. Also der da. Zwo. Dann nehmen wir einen Ersatz. Krass. Weil der scheint zu gehen ohne Ende. Dann sind wir beim grünen Tee. Der ist voll, das weiß ich. So. Da brauchen wir Musaka. Das Fleisch. Und Sushi groß. Musaka. Sushi groß. Und der da. Ja. Dann das Eis. Ja. Brauchen wir alle zwei. Dachte ich mir. So. So. Der da. Der da. Alles einmal. Machen wir mal einen rück. Der da. Der da. Alles einmal. Der da. Der da. Der ist voll. Brauchen wir nicht gucken. So. Jetzt wird es wieder lustig. Halleluja. Also. Eins. Zwo. Und das dunkle. Eins. Zwo. Und das dunkle. Eins. Zwo. Und das dunkle. Hummus. Chips waren es dunkle. Hummus. Brauchen. Hummus. Und Wodka. Mehl. Mehl. Kartoffelpüree. Eins. Eins. Pfeffer. Reis. Und Brot. Nehmen wir das mal zwei. Bauli war voll. Dann kommen wir wieder in die Bleichmittelabteilung daneben. Da hätte ich gesagt, da kaufen wir mal zwei Stück von dem WC Böf. Und den Rest nehmen wir mal. Einmal. Ja. Mit CPF zwei mal. Der Rest einmal. Eins. Und fort. Dann nehmen wir den. Den. Und den. So. Zwo. Eins. Die Getränke. Also das dunkle war voll. Das weiß ich. Ja. Wir brauchen Yushitsu. Ja da. Darun. 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 Dann geht es wieder hinten in die Abteilung. Das sieht ja noch richtig geil aus. Dann nehmen wir einmal Runpoint. Das reicht mir. Der da. Jetzt habe ich natürlich bei dem Blöckbier da hinten nicht geguckt. Das nehmen wir definitiv. Der ist voll. fast zwei mal. Und die anderen einmal. Also eins. Zwo. Eins. 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 So. Kartoffeldinger sind voll. Das ist doch schon einmal was. Aber wir haben jetzt noch mal. Eis. Pizza. Eis. Also nur einmal Bohne. Einmal Böhnchen. So. Die nächste. Dann nehmen wir mal eins. Zwo. Oh. Das ist alles. Also einmal Krier. Zweimal der. Und einmal der. Und der Pudding glaube ich noch. Also. Krier einmal. Den zweimal. Und den einmal. Und der. So. Abteilung da hinten. Einmal. Und einmal. So. Das war einmal der. Einmal der. Meine heiß geliebten Bücher. Schuss. Er. Oh. Oh. Hol dir die Walfe. Wisst ihr was. I won't share. ABC. Ist ja voll. Dann nehmen wir den Regenbogen. Oh. regenbogen color und die zwei schwarze jeweils zweimal also die zwei die zwei der regenbogen war auch zwei und color war einmal so ich glaube jetzt haben wir es alle für unser katzen hundefutter bla 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 hundefutter nehmen wir mit und dieses triangel so der da und der da und zum schluss wir bleiben weit weit über die über die über 20.000 das ist ja richtig geil ihr männer ich hab gesagt alles einmal alles einmal außer surprise und Katze einmal einmal Katze zweimal das zweimal der da und der da 23.900 das ist natürliche wort so das buch ist full ich möchte mal gucken wo das ist da ist es nicht da ist es auch doch nicht dann muss es hier da sein der mit seinem blöd Fahrrad der leite oben der leite oben le triangel der leite oben dann haben wir schon wieder alles und können den lade aufmachen die funsel ist an ich mache der lade auf und wir schauen der dinge wie es da weiter geht also wie gesagt wir hatten über 30.000 wir kriegen hier im dach 10.000 11.000 kriege ich immer ja drauf das ist ja richtig geil so wir warten da haben wir mal kurz was zum süffel geholt das geht ja noch nichts also die bücher die kinderbücher die geht unglaublich gut also das ist wahnsinn egal auf ich zeige ob der sitzt doch rechts neben mir ist oder doch vorne links in der ecke also das ist echt der hammer oh 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 ich glaube mein erster kunde kommt ja wahnsinn da führe ich mich jetzt so angstreckt welche 11,30 Euro blöder Hund kauf mehr ein blöder Hund naja plus also ich bin enttäuscht ist das alles oder was Das habe ich auch schon besser gesehen. 117,97, danke. Ach du Scheiße. 50,75,78,34,25,30,34, 88,35,35,34, Also ich erwarte zumindest, dass man weit über 30.000 ankommen also weit wirklich weit also 32 33 minimum 151 euro so muss man einkaufen ja wahnsinn 194 das gefällt mir so und nicht oder ist da überall die kinder die hier weiß das wahnsinn na das ist ja mal gar nichts gell also ja man mädchen so kauft mal holla die walfe also heute geht es ja ab hier das ist schon die dritte oder die fette wo über 200 gehabt hat 0 7 euro 70 56 56 sorry jungs aber ich bin ein bisschen verschnupft 49 48 50 70 122 87 31.000 haben wir schon also ich denke mal 33.000 werden es definitiv wenn ich mir das auch gucke was da noch an leute drin rum steht also so aber wieder nicht ne 105 euro 50 wir sind schon knapp vor der 32.000 das ist absolut nach in diesem ok 25 44 40 45 45 46 46 genau ein euro so wir haben die 33.000 erreicht das ist das was ich gesagt habe mal gucken bei den leuten wo noch da sind kriegt man vielleicht sogar 34.000 so kurz warten alle 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 200 euro fast hallelujah und wir sind über die 34.000 drüber das ist natürlich mal richtig geil diese selbstbedienungskasse dort die geht anscheinend auch ab wie zäpfchen daneben also die wird gut wir sind die 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 Ja. Lea. Daroni. Daroni ist voll. False. Lea. Hatte ich den nicht schon? Doch, den hatte ich schon. Den hatte ich schon. So. Mein Freund Pablo. Äsen wir sowas von voll. Brot klein. Der nimmt Brot groß. Dann nehme ich den Mehlmisto. Der natürlich schon wieder mal leer ist. So. Die 12 Eier. Ebenfalls leer. Also die 12 Eier, die gehen auch weg wie warme Semmeln. Das sind irgendwelche wie ich war. Das ist echt der Brüller. Reis ist einmal voll. Gibt es das auch? Die 12 Eier. Crispy. Voll. Da haben wir dieses. Der ist dicht. Boom. fast voll. Fast voll. Den hatten wir. Den hatten wir. Der ist voll. Der ist voll. Dann gehen wir wieder in die Fischabteilung. Einmal Fleisch. Kotelett oder was das ist glaube ich. Voll. Mein Freund der Pudding. Wo von denen Idioten keiner aufhüllt. Wenn das ganze Scheiß Ding leer ist. Das interessiert die nicht. Gut. 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 das sind sie. Dann nehmen wir auch gleich. Der ist mit Sicherheit wieder. Durch den sympathisch. Das Zeug das geht weg wie nichts ne. So. Da hatten wir alles. Gucken wir mal da weiter. Das Renderhack Fleisch Da würden wir definitiv bestellen dürfen. Die 8 Eier. Gut. Ach, das war die Schocke, die da rein kam. Okay, das war das, was ich das letzte Mal ein bisschen falsch eingreift habe. Das Blaue? Das muss einer von denen. Dann nehme ich mal den Runpoint. Und stelle fest, das Ding ist voll. Das war da. So, dann schnappe ich mir nochmal die Butter. Die ist leer. So, die räumen alles noch ein. Das ist absolut in Ordnung. Ich nehme mal den grünen Tee. War eine gute Wahl. Und der ist nämlich voll. Jetzt. Voll. So, wie sieht es aus mit dem schwarzen Tee? Das ist schon wieder nichts mehr da. Das ist echt zum Heulen, oder? Creme fraiche. Jetzt. Äh, da. Da habe ich sie doch aufgefüllt. Guck hin, guck hin, guck hin. Mimolett Käse. Die ist voll. Äh, da her. Drei Päckchen. Also, ey. Unglaublich. Den habe ich. Den habe ich aufgefüllt. Ich guck mal nach dem Humus. Das war da oben. Jo, dann würde ich sagen, haben wir wieder alles. Und ich schließe den Tag. Also, es war ein richtig guter Tag. Wir gehen stark auf die 40.000 zu. Also, unsere nächste Erweiterung. Also, lang dürfte es nicht mehr dauern. Ich denke mal höchstens zwei, drei Videos vielleicht noch. Das werden wir dann wahrscheinlich wieder mit dem Ding machen. Mit einem Kredit, dass das dann schneller geht. Hauptsache, das Zeug steht dann durch. Und, äh, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Unterstützt diesen Supermarkt von mir mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage, tschau mir, tschau mir, Frau. Und grüßt mir die Hühner. Tschau mir, tschau. Dann, bitte schau mir, tschau mir. Tschau mir, tschau mir.